Schönen guten Tag, Rott Kaufmann. Ihr seid gerade bei rottkaufmann.de auf der Seite, vermute ich zumindest, oder auf YouTube oder wo auch immer. Sollte sich irgendjemand fragen, was ich für merkartige Muster hinter meinen Ohren habe, das sind Pflaster. Kleiner Tipp am Rande, nie zu laut spielen oder aber ordentlich mit gutem Schutz, Ohrenschutz. Dann klappt es auch, dann könnt ihr euch das sparen. Eins, zwei, drei. Das war's. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020